Guten Morgen, ihr Arschlöcher! Man nennt mich Van Damme, weil ich 200 Liegestütze am Stück mache. Wie Van Damme. Hast du dich mal geprügelt? Nein. Nein, fertig! Wo sitzt der? Was haben die sich fein ausgedacht, Alter? Der Servak erweckt der Einkaufsladen weg. Dafür nur noch Büros. Der Sand mächtig ab, Alter. Das ist Schwein. Hier geht es um ganz andere Dinge. Verstehst du? Mittel von der EU, Developer und so. Loft, Kanzleien, Bowlingbahn. Ich danke euch, Männer. Was kriegst du da für Arschloch? Tschechien in Tschechien! Holzgleich. Ich werde dir irgendwie helfen. Ja? Und wie bitte? Geh dir erst mal die Hände waschen, die sehen ziemlich klebrig aus. Das kommt davon, weil ich die Typen wie dir in den Arsch trage. Ach ja. Weißt du, was ich überlege? Ob wir zwar uns nicht zusammentun sollten. Hängst du in irgendwas drin? Nein. Wahrheit, Liebe. Wahrheit, Liebe. Wahrheit, Liebe. Was steht da? Das ist die Nationalstraße. Hier hast du den Krieg losgetreten. Welchen Krieg, du Penner? Na, den damals. Gegen diese roten Socken. Du warst schon. Damals, Alter. Ja. Da mit diesem Havel, Alter. Die warme Revolution, da. Von welcher warmen Revolution redest du, blöd Mann?